Ja, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Achtung Reischel, Achtung Reischelt, wurde auch schon verklagt, weil die zu offen ihre Meinung gesagt haben. Das war allerdings schon im April, zumindest im April war die Verhandlung, wo da dann freigesprochen wurde. Bis vor einiger Zeit war es eigentlich bloß so, dass du von links Feuer kriegst, sobald du irgendwo was an der Regierung auszusetzen hattest. Gegen irgendwelche Sachen war es, die die Linken nie wollen oder sowas. Und da ging es so weit, dass du als Nazi bezeichnest wurdest und so weiter. Bei mir hat ja auch schon einer oder eine in den Kommentar von einem Video reingeschrieben, irgendwas von Nazi-Ossis und weiß nicht, was er jetzt genau geschrieben hat. Ich habe den Kommentar auch stehen lassen und habe eigentlich ein Smiley drunter gesetzt. Aber ich lasse das stehen, damit alle Leute sehen, wer gibt hier was für böse Kommentare ab. Und ich denke mal, damals habe ich noch nicht irgendwie politisches oder sowas gesagt oder gemacht. Da habe ich einfach meine Geocaching-Videos eingesetzt gehabt. Mittlerweile wäre ich das schon fast gerechtigt. Wenn jemand schreibt, du Nazi oder sowas, habe ich aber noch nie wieder gehabt. Ja, und ich würde sagen, mal gucken, uns das jetzt mal an. Wenn Sie gerne sagen, was Sie sagen wollen, dann haben wir die besten Nachrichten seit Monaten für Sie. Wir haben mit News, mit Achtung Reichelt und mit unserem Anwalt einen großartigen und unendlich wichtigen Sieg für die Meinungsfreiheit über die Bundesregierung errungen. Alle Details dazu in diesem Video. Keine Minute sollten Sie davon verpassen, wenn Sie weiter Ihre Meinung sagen wollen. Deswegen schauen Sie das Video bis zum Ende. Teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie lieben und die auch gerne Ihre Meinung sagen. Und abonnieren Sie Achtung Reichelt. Und los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Am Dienstagvormittag meldete erst die Frankfurter Allgemeine Zeitung und wenig später die Deutsche Presseagentur Folgendes. Karlsruhe. Reichelt-Kritik an Bundesregierung ist erlaubt. Hier sehen Sie die Meldung. Dieser Satz ist beides. Grund zur Freude und zur Traurigkeit. Anlass zur Freude, weil das Verfassungsgericht unser Recht auf Meinungsfreiheit gegen die Bundesregierung verteidigt hat. Anlass zur Traurigkeit, weil wir offenbar so weit gekommen sind, dass erst unser höchstes Gericht feststellen muss, dass wir unsere Regierung kritisieren dürfen. Sie müssen keinen einzigen Cent für ein nutzloses Türklingel-Kamera-Abonnement bezahlen. Es gibt keinen mächtigeren Gegner als die Regierung. Es gibt kein heiligeres Recht als die Meinungsfreiheit. Wenn die Regierung, wenn der Staat die Meinungsfreiheit bedroht, dann muss man sich zur Wehr setzen. Egal wie mächtig der Gegner ist. Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir das einfach so geschehen lassen, dann hören wir schon bald auf, freie Menschen zu sein. Dann werden wir zu Knecht, zu Untertanen, zu grauen, bedrückten, volksamen Wesen. Wenn unsere Worte nicht frei sind, dann ist nichts in uns frei. Wenn wir uns nicht mehr trauen zu sagen, was wir sagen wollen, dann werden wir uns irgendwann nicht mal mehr trauen zu denken, was wir denken wollen. Die Meinungsfreiheit in diesem Land hat derzeit mächtige Feinde und einen unbeutelten Freund. Die mächtigen Feinde, das sind Innenministerin Nancy Faeser und Familienministerin Lisa Paus. Das ist der unheimliche Geheimdienstchef Thomas Haldenwang. Es gibt zwar Meinungsfreiheit, aber seit Corona wissen wir doch auch, dass immer wieder neue Gründe gefunden werden, Leute zum Schweigen zu bringen. Zum einen ist es Berufsverbot, mehr oder weniger, wenn der Arbeitgeber sagt, ich beschäftige keine AfD-Wähler. Zum Beispiel dann, er darf dich zwar nie entlassen, weil du AfD wählst, aber ich sag mal, wen man auf dem Kicker hat, bei dem finden sich dann schon mal zwei, drei kleine Gründe, Verstöße. Wo man notfalls dann eine Abmahnung und noch eine Abmahnung aussprechen kann und dann ist derjenige weg vom Fenster. Der FAZ formuliert, die Meinungsfreiheit sei kein Freibrief. Hier sind sie noch einmal, die beiden autoritären Ministerinnen. Wir wollen außerdem den Unstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das heißt, du sagst irgendwas Falsches. Es ist nicht strafbar, du hast keinen beleidigt damit. Es ist einfach nur die falsche Meinung. Das haben wir gesehen, bei dem Mädel, an der Ostsee oben, glaube ich, Riebnitz-Slammgarten, wenn ich mich richtig erinnere. Die wurde aus dem Unterricht geholt von zwei Polizisten. Gut, die Polizisten standen draußen, kamen durch den Direktor rein. Dann wurde sie durch die ganze Schule ins Direktorenzimmer geführt. Es lungerten noch verschiedene Schüler im Gang rum. Die haben das nur gesehen, wie die mit zwei Polizisten und einem Direktor dort mehr oder weniger abgeführt wurde. Und dann quatscht natürlich die ganze Schule über dich. Was du für eine böse, rechtsextreme Verbrescherin bist. Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf dem Social Media Plattform gerade... Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, dass das keine Demokratie mehr ist, wenn du sowas machst. ...noch so unter Meinungsfreiheit fällt. Ebenso dringend brauchen wir, das ist mein Appell, jetzt das Demokratiefördergesetz. Wir müssen gerade jetzt den zivilgesellschaftlichen Institutionen den Rücken stärken bei ihrer wichtigen Arbeit gegen den... Demokratiefördergesetz will die Demokratie fördern, indem die Meinungen, die nie in die Regierungsmeinung passen, verbietet. Somit kann man die Demokratie fördern. Ich habe das zwar mal anders gelernt. Ich habe das so gelernt, dass Demokratie heißt, jeder darf seine Meinung sagen und man einigt sich dann auf dem Mittelweg, mit dem jeder zufrieden ist. Aber es ist natürlich besser, man bringt die Meinungen, die gegen die Regierung sind, zum Schweigen. Extremismus. Der Deutsche Bundestag sollte aus meiner Sicht also sehr zügig dieses Gesetz jetzt beschließen. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Verhöhnen. Den Staat verhöhnen ist letztendlich nichts anderes als Satire. Und Satire sollte erlaubt sein. Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was gerade noch so unter die Meinungsfreiheit fällt. Der unbeugsame Freund dieser Meinungsfreiheit, das sind wir. Wir bei News, bei Achtung Reichelt. All unsere großartigen Kolleginnen und Kollegen, die hier nicht arbeiten, weil sie alle einer Meinung sind, sondern weil sie daran glauben, dass unterschiedliche Meinungen, dass der Widerspruch, den Journalismus erst ausmacht, weil sie skeptisch, unbequem und widerborstig sind. Aber das sind vor allem auch Sie. Inzwischen Millionen Zuschauer, Hörer, Leser, die sich nicht mehr abschrecken und einschüchtern lassen, wenn man ihnen erzählt, was sie besser nicht lesen, besser nicht sehen, besser nicht denken, besser nicht sagen sollten, was rechtspopulistisch oder hetzerisch ist. Das sind Sie, die eben nicht brav der Regierung folgen, wenn diese unverhohlen zur Denunziation auf ihren Meldeportalen aufruft. Hier ist Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang der Mann, der inzwischen Dossiers über unbescholtene Bürger anlegen lässt. Schauen Sie. Rechtsextremisten bedienen sich der Ängste und Krisenerfahrungen in der Bevölkerung, um damit die politischen Ränder zu radikalisieren und ihre Agenda in die bürgerliche Mitte zu tragen. Wir müssen aufpassen, dass sich entsprechende Denk- und Sprachmuster nicht in unsere Sprache einnisten. Wir müssen aufpassen, dass sich entsprechende Denk- und Sprachmuster nicht einnisten, sagt der Geheimdienstchef. Sie wollen in unsere Köpfe, aber wir wollen diese Menschen nicht in unseren Köpfen. Gemeinsam stehen Sie und wir für ein Land, für das Land, wie wir es kannten, in dem wir groß geworden sind, in dem wir ohne Furcht alles sagen konnten. Dieser Kampf gegen die linksgrüne Gäste... Man kann es bald vergessen. Es gab wirklich mal eine Zeit, da durfte man alles sagen. Gesinnungspassion ist mühsam und manchmal schmerzhaft. Aber wir erinnern uns alle noch zu gut daran, wie frei, wie schön, wie offen in unserem Land noch vor wenigen Jahren gesprochen, gestritten und diskutiert wurde. Diese Erinnerung ist zu schön, um einer neuen herrschenden Klasse zu gestatten, sie auszulöschen. Unsere Kinder sollen sagen dürfen, was wir sagen durften. Wir wollen keine Meldestellen, bei denen Kindergärtner und Lehrer vielleicht anzeigen, was die Kinder in der Schule von zu Hause erzählt haben. Mit der Meldestelle beginnt die Tyrannei. Wir sind alle alt genug, um das zu erkennen. Wir mögen selbst gemeinsam längst nicht so mächtig sein wie der Staat, wie die Regierung, aber wir sind fest entschlossen, diesen Staat nicht allmächtig werden zu lassen, indem er kontrolliert, welche Worte wir sprechen oder schreiben. Vor dem Bundesverfassungsgericht haben wir von News einen Sieg gegen die Bundesregierung errungen, der das Fenster der Meinungsfreiheit endlich wieder aufstößt und frische Luft hereinlässt in diese Zeit, die vom ideologischen Muff beherrscht wird. Von Regierungsparolen, von Strafanzeigen wegen harmloser Witze, von Strafverfolgung von Regierungskritikern und von linken Kampfbegriffen. Der neue autoritäre Staat ist vom Verfassungsgericht in seine Schranken gewiesen und daran erinnert worden, dass die Mächtigen unsere Kritik aushalten müssen. Es ist ein Sieg in einem Moment, in dem dieser Staat uns zum Beispiel zwingen will, zu behaupten, dass Männer Frauen sind. Dabei nicht mitzumachen steht nun unter Strafe. Aber ich sage es Ihnen klar und deutlich, kein... Ja, da werden sogar Veranstaltungen einer Wissenschaftlerin abgesagt, die einfach nur sagt, es gibt nur zwei Geschlechter. Es ist in der Biologie so, es gibt auch nur zwei Geschlechter. Alles andere sind Ausreißer. Was natürlich gefühlt sich unter Umständen hunderte Geschlechter geben kann, wenn der eine sich halt als grünes Einhorn fühlt oder sowas, ist doch rasch bei außen vor. Es geht doch um die reine Wissenschaft. Ein Staat kann mich zwingen, unwahre Dinge zu behaupten. Kein Staat wird jemals diese Macht über mich haben. Was also war geschehen? Am 25. August 2023 veröffentlichten wir auf news.de einen Artikel über die deutsche Entwicklungshilfe für Afghanistan. Insgesamt stolze 371 Millionen Euro Steuergeld. In Afghanistan herrschen die Steinzeit-Islamisten der Taliban. Es gibt nichts in Afghanistan, was sie nicht kontrollieren. Und wenn Deutschland Steuergeld nach Afghanistan überweist, dann überweisen wir es in die Hände der Taliban. Genauso wie wir Geld an die Terroristen der Hamas überweisen, wenn wir Hilfen an die palästinensische Autonomiebehörde oder das UN-Hilfswerk UNRWA schicken. Das ist meine gesicherte Einschätzung und Beobachtung, nachdem ich als Reporter viele Jahre meines Lebens in genau diesen Ländern verbracht habe. Die Bundesregierung, die sich gern ihrer feministischen Außenpolitik rühmt, ist zu einem staatlichen Sponsor des islamistischen Terrorismus geworden. Sie mögen das sogar im guten Glauben tun, aber dieser gute Glaube ist dumm und naiv. Unser Geld landet bei Terroristen. Das Steuergeld der feministischen Außenpolitik finanziert Terrorismus. Jeder Bürger, der so naiv an islamistisch-terroristischen... Falls das Mikrofon die Geräusche nicht wegfiltern sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Hier unten läuft der Rasenmäher. ...die Tarnorganisationen spenden würde, der würde es mit dem Staatsanwalt zu tun bekommen und vielleicht für Jahre im Gefängnis landen. Genau das habe ich kritisiert und werde es auch weiterhin kritisieren, bis diese Praxis des Irrsinns endlich ein Ende findet. Bis kein deutscher Steuereuro mehr in den Regimen und den blutigen Händen von Terroristen landet. Wie bitte muss sich ein deutscher Soldat fühlen, der in Afghanistan sein Leben riskiert? Kameraden hat sterben sehen, wenn er liest, dass diese Regierung sein Steuergeld im Reich der Taliban ausgibt. Das können wir doch nicht einfach so hinnehmen. Auf Twitter schrieb ich also dazu, Deutschland zahlte in den letzten zwei Jahren 370 Millionen Euro Entwicklungshilfe an die Taliban. Wir leben im Irrenhaus, in einem absoluten, kompletten, totalen, historisch einzigartigen Irrenhaus. Was ist das nur für eine Regierung? Das waren meine Worte zugegeben mit sehr vielen Ausrufungszeichen versehen, aber in einem freien Land darf man auch so viele Ausrufungszeichen verwenden, wie man nun mal möchte. Gegen diese Äußerung ging die Bundesregierung mit einem sogenannten Star-Anwalt vor. Ich dachte erst, das wäre ein Scherz, als ich das Schreiben öffnete. Und hier ist es. Ich halte es hier in meinen Händen und da steht die Bundesrepublik Deutschland gegen Julian Reichelt. Und weiter, und ich lese hier direkt aus diesem Schreiben vor. In dem nachfolgenden Tweet, dann wird mein Tweet gezeigt, den ich Ihnen eben vorgelesen habe, und dann heißt es, Diese Aussage ist falsch. Wie Staatssekretär Flassbart bereits kundgetan hat, fließt kein Geld an die Taliban. Sagen Sie also nur noch das, was der Staatssekretär vorher freigegeben hat. Das steht dort nicht. Das ist das, was ich sage. Kein Zitat, nur fürs Protokoll. Weiter heißt es dann in dem Brief, namens und in Vollmacht meiner Mandantschaft habe ich sich daher aufzufordern, sich ihr gegenüber zu unseren Händen zu verpflichten, Es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung von meiner Mandantschaft zu bestimmenden Vertragsstrafe, die gegebenenfalls vom zuständigen Landgericht zu überprüfen ist, zu unterlassen, in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland zu veröffentlichen und oder zu verbreiten oder verbreiten zu lassen, Deutschland zahlte in den letzten zwei Jahren 370 Millionen Euro Entwicklungshilfe an die Taliban. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst, die Bundesregierung fordert mich hier auf, etwas nicht zu sagen und droht mir für den Fall, dass ich es doch sage, Strafe an. Schriftlich. Die Bundesrepublik Deutschland gegen Reichelt. So steht es auf diesem Schreiben. Nach eigenen Angaben hat Entwicklungsministerin Svenja Schulze, die unser Geld für Fahrradwege in Peru verpulvert, 20.000 Euro Steuergeld für Ihren Herrn Star-Anwalt ausgegeben, um gegen mein Grundrecht auf Meinungsfreiheit vorzugehen. 20.000 Euro von Ihrem Geld. Dafür bezahlen Sie. Sie stehen morgens auf, gehen arbeiten und zahlen Ihre Steuer, damit Svenja Schulze mit dem Geld versuchen kann, unliebsame Journalisten zum Schweigen zu bringen. In einer funktionierenden Demokratie wäre das ein zwingender Rücktrittsgrund, wenn eine Ministerin versucht, einen Journalisten einzuschüchtern. Zwischenzeitlich wurde mein Tweet tatsächlich vom höchsten Berliner Gericht, dem Kammergericht, verboten. Aber wir lassen uns unsere Meinung nicht verbieten. Deswegen sind wir vor das Verfassungsgericht in Karlsruhe gezogen und wir haben gewonnen. Der Anwalt, der diesen Sieg möglich gemacht hat, heißt Joachim Steinhöfel. Ihm gilt unser Dank. Er wird uns gleich zugeschaltet sein. Erst einmal aber wollen wir aus der wegweisenden Entscheidung des Verfassungsgerichts zitieren. Ich halte Sie hier in meinen Händen. Das Verbot meines Tweets, so heißt es dort, verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Artikel 5, Absatz 1, Satz 1 des Grundgesetzes. Hier ist das Urteil. Dieser wunderschöne Satz, dieses wunderschöne Recht, von dem das Gericht hier spricht, lautet, Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Das ist unser Grundrecht. Und dieses Recht wollte die Bundesregierung mir nehmen. Und hier ist, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Es sind wohltuende und unendlich wichtige Worte in diesen Zeiten. Und ich zitiere aus diesem Dokument. Dem Staat kommt kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zu. Der Staat hat grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Zwar dürfen grundsätzlich auch staatliche Einrichtungen vor verbalen Angriffen geschützt werden, da sie ohne ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Akzeptanz ihre Funktionen nicht zu erfüllen vermögen. Ihr Schutz darf indessen nicht dazu führen, staatliche Einrichtungen gegen öffentliche Kritik unter Umständen auch in scharfer Form abzuschirmen, die von dem Grundrecht der Meinungsfreiheit in besonderer Weise gewährleistet werden soll und der zudem des rechten Staates gegenübersteht, fehlerhafte Sachdarstellung oder diskriminierende Werturteile klar und unmissverständlich zurückzuweisen. Das Gewicht des für die freiheitlich-demokratische Ordnung schlechthin konstruierenden Grundrechts der Meinungsfreiheit schlechthin konstituierenden Grundrechts der Meinungsfreiheit ist dann besonders hoch zu veranschlagen, da es gerade aus dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen ist und darin unverändert seine Bedeutung findet. Und hier ist, was der Vizepräsident des Bundestages Wolfgang Kubicki zum Urteil des Verfassungsgerichtes sagt. Hören Sie. Das Bundesverfassungsgericht hat dankenswerterweise erneut festgestellt, welche überragende Bedeutung die Meinungsfreiheit für die Demokratie hat. Dass die Bundesregierung damit gescheitert ist, einem Journalisten zu untersagen, seine Meinung frei zu äußern, ist ein Meilenstein der demokratischen Entwicklung und trägt mehr zur Demokratieförderung bei als jedes Programm, das Lisa Paus auflegen will. Den Staat infrage stellen, die Regierung infrage stellen oder verhöhnen, ist weder strafbar noch brisant. Es ist einfach wesensnotwendig im Meinungskampf. Wir danken dem Verfassungsgericht, wir danken aber auch den Journalisten, die sich die Meinung nicht verbieten lassen, denn darauf kommt es in unserem Gemeinwesen an. Dass die Bundesregierung damit gescheitert ist, einem Journalisten zu untersagen, seine Meinung frei zu äußern, ist ein Meilenstein der demokratischen Entwicklung und trägt mehr zur Demokratieförderung bei als jedes Programm, das Lisa Paus auflegen will. Die Regierung zu verhöhnen, ist notwendig im Meinungskampf. Das sagt Wolfgang Kubicki über die Ideologen in der Bundesregierung. Ein Satz aus diesem Urteil der Karlsruher Richter bewegt mich besonders und er lautet, Der Staat hat grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Er bewegt mich besonders, weil er geradezu wörtlich auf das eingeht, was der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, Robert Habeck, noch vor kurzem über die Meinungsfreiheit behauptet hat. Schauen Sie. Ist es vielleicht noch einmal wichtig, sich deutlich zu machen, woher der Druck oder der Angriff auf die Demokratie erfolgt? Brutta, du hast es angesprochen, im inneren Bereich haben wir es zunehmend mit einer politischen Polemisierung zu tun. Die Polemisierung nannte Robert Habeck ein Angriff auf die Demokratie. Nun sagt das Verfassungsgericht, der Staat hat grundsätzlich auch polemische Kritik auszuhalten. Die polemische Kritik ist eben kein Angriff auf die Demokratie. Wie Robert Habeck behauptet, das Recht auf polemische Kritik ist die Demokratie. Nein, Frau Faeser, wer den Staat verhöhnt, sollte es nicht mit einem starken Staat zu tun bekommen. Den Staat verhöhnen zu dürfen, das ist die Demokratie. Und nein, liebe Frau Paus, Sie haben sich nicht unseren Äußerungen unterhalb der Strafbarkeit und innerhalb der Meinungsfreiheit zu widmen. Was wir sagen, welche Kritik wir zu äußern haben, sollten Sie sich vielleicht mal zu Herzen nehmen, aber Sie haben kein Recht, unsere Ansichten mit Ihrem durchgeknallten, größenwahnsinnigen NGO-Komplex zu verfolgen. Sie haben auch kein Recht zu beurteilen, welche Meinung zur Demokratie gehört und welche nicht. Und nein, lieber Herr Haldenwang, es ist nicht Ihre Aufgabe, die Meinungsfreiheit zu gängeln und zu schleifen. Tun Sie das doch, dann sind Sie ein Fall für den Verfassungsschutz. Wenn die Bundesregierung unser Land weiter so abwirtschaftet, dann müssen wir bald keine Entwicklungshilfe mehr an die Taliban, sondern an uns selbst bezahlen. Und ja, das ist polemische Kritik. Und ja, natürlich darf man das sagen. Fast täglich werde ich vom linksgrünen, autoritären Gebilde beschimpft und verunglimpft. Als Hetzer, als Rechtspopulist, als Spalter und Schlimmeres. Sie tun das, damit ich schweige. Aber das werde ich nicht. Ich werde weiter meine Meinung sagen, damit auch Sie weiter Ihre Meinung sagen können. Mir aus Hamburg jetzt zugeschaltet ist unser Anwalt Joachim Steinhöfel, der diesen großartigen Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht überhaupt erst möglich gemacht hat. Lieber Joachim, guten Morgen. Guten Morgen. Erklär uns noch einmal kurz, welche Bedeutung dieses Urteil hat. Das ist ja etwas, was wir in den letzten Tagen gemeinsam verfolgt haben, wie Verfassungsrechtler, wie Politiker, wie Medien auf dieses Urteil reagiert haben. Es ist in Teilen natürlich spekulativ, wenn man sagt, warum hat das Verfassungsgericht so schnell entschieden. Die Verfassungsbeschwerde wurde am 12. Dezember eingereicht und genau fast auf den Tag, vier Monate später, war die Entscheidung schon da. Das ist ungewöhnlich schnell. Man kann diese Entscheidung im Kontext lesen zu den ganzen Beispielen, die du in den Beitrag gebracht hast. Den Äußern der Drohung von Frau Faeser. Wer es mit einem starken Staat zu tun bekommen haben soll, derjenige, der ihn kritisiert. Die narzisstischen Kompetenzüberschreitungen von Herrn Haldenwang und die absurde Kritik von Frau Paus, die meint, wenn man zulässige, rechtmäßige Kritik äußert, sei das kritikwürdig. Man kann das in diesem Kontext lesen und ich denke, diese Entscheidung ist ein großes, rotes Stoppschild für diejenigen, die diese Äußerung tun. Und Karlsruhe wollte möglicherweise damit gerade jetzt so schnell in die Öffentlichkeit gehen, um deutlich zu machen, dass man seine seit Jahrzehnten gefestigte Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit nicht von den Ministerinnen Paus und Faeser und Schulze einebnen lassen wird und auch nicht von ihrem Erfüllungsgehilfen beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Du bist ja, Joachim, seit vielen Jahren ein Verfechter vor Gericht dieses wundervollen Rechtes auf Meinungsfreiheit. Das war nicht dein erster Fall, bei dem es um Meinungsfreiheit, um die Freiheit sich zu äußern ging. Auch nicht dein erster Fall, bei dem du Journalisten vertreten hast. Aber trotzdem, sag uns doch einmal, was hat sich in den letzten Jahren da getan? Was hat sich in den letzten zwei Jahren getan? Man hat schon das Gefühl, dass diese Bundesregierung einen sehr besonderen Umgang mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit pflegt. Ich sehe da ganz klare zeitliche Momente, an denen etwas passiert ist. Und zwar 2015 mit der Flüchtlingskrise, insbesondere als sich Frau Merkel an Herrn Zuckerberg gewandt hat. Da ist sein Mikrofon offen gewesen im Waldorf Astoria in New York. Und sie hat ihn aufgefordert, auf Social Media, auf Facebook dafür zu sorgen, dass keine Kritik an der Flüchtlingspolitik ihrer Regierung mehr veröffentlicht wird. Danach kam das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, glasklar verfassungswidrig. Nur hat das niemand bis nach Karlsruhe gebracht. Und das ist in der Folge dann immer stärker geworden. Jetzt will man Hunderte von Millionen für Demokratieförderung ausgeben. Die beste Demokratieförderung, die wir erlebt haben, hat nichts gekostet. Das war diese Entzeitung des Bundesverfassungsgerichts, die genau das Gegenteil dessen sagt, was die Frauenministerinnen aktuell planen. Es gibt ja, du hast sie eben schon nochmal kurz angeschnitten, zwei, drei bemerkenswerte Äußerungen tatsächlich aus den letzten Wochen von zwei Ministerinnen, die sich diesen Kampf gegen Rechts auf die Fahnen geschrieben haben. Das heißt in den allermeisten Fällen einfach Kampf gegen Ansichten, die sie nicht besonders mögen. Das sind die Innenministerin Nancy Faeser, auch genannt Verfassungsministerin. Das ist eigentlich die Ministerin, die für den Schutz unserer Grundrechte zuständig ist. Und Lisa Paus, die grüne Ministerin, die mit 100 Millionen Steuergeld, du hast es gerade gesagt, grüne Ideologie in der sogenannten Zivilgesellschaft in NGOs finanziert. Von denen haben wir zwei Äußerungen gehört. Die eine von Nancy Faeser, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Und die andere Äußerung von Lisa Paus, man wolle sich jetzt auch um Äußerungen unterhalb der Strafbarkeit kümmern. Und die Feinde der Demokratie wüssten schon sehr genau, wie man sich gerade noch so innerhalb der Meinungsfreiheit bewegt. Das ist ja schon sehr unverhohlen, was da gerade passiert, oder? Was hier geschieht, ist, dass eine Regierung, die wegen ihrer politischen Mangelleistungen in die Defensive geraten ist, den Staat instrumentalisieren will, um den politischen Gegner mit der großen Macht und mit der großen finanziellen Leistungsfähigkeit in die Enge und in die Defensive zu treiben. Und das Narrativ, was alles demokratiefeindlich sei, man darf übrigens im Rahmen der Meinungsfreiheit auch demokratiefeindliche Äußerungen tun, dass das nicht erstrebenswert ist für uns, ist klar. Man darf es aber, es gehört zum freiheitlichen Staat. Und nun Hunderte von Millionen von Steuergeldern dafür einzusetzen, etwas zu delegitimieren, was erlaubt ist, ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Dieser Vorgang ist demokratiefeindlich. Die drei Damen, die wir genannt haben, Frau Schulze, Frau Feser und Frau Paus und auch ihr Erfüllungsgehilfe Haldenwang, sind jedenfalls insofern Verfassungsfeinde, als sie hier den Staat instrumentalisieren wollen und seine Ressourcen, um gegen ein elementares Grundrecht im Einungsfreiheit nämlich vorzugehen. Am 21. Mai, lieber Joachim, erscheint dein neues Buch, die digitale Bevormundung. Und du hast es ja eben angesprochen, das, was wir gerade erleben, ist ein Phänomen, was sich langsam aufgebaut hat. In der digitalen Bevormundung geht es auch um diesen Fall, noch ohne das großartige Ergebnis, das wir hiermit nachreichen. Wir haben gewonnen gemeinsam, du hast gewonnen für uns vor dem Verfassungsgericht. Welche gesellschaftliche und politische Entwicklung schilderst du da in deinem Buch, die digitale Bevormundung? Ihr werdet wissen, dass ich es ja war, der 2018 der Erste war, der überhaupt jemals eine einstweilige Verfügung erwirkt hat, gegen Facebook halt etwas gelöscht oder jemand gesperrt wurde. Bis dahin hieß es ja unter Juristen, das sei Hausrecht, die können machen, was sie wollen. Mir kam das immer nicht plausibel vor und ich habe so lange darüber nachgedacht, bis ich einen Ansatz gefunden habe, der jetzt ja mittlerweile auch zur höchstrechtlichen Rechtsprechung geführt hat, also, dass man das verbieten kann. Die Misse an glasklaren Verstößen gegen elementare Grundrechte, die bei YouTube auch in der Corona-Krise, bei Twitter, bei Facebook vorgefallen ist, wo Heinrich Heine als Hassredner gelöscht wird, wo Petitionen, die auf der Bundestagsseite veröffentlicht sind, als Hassrede gelöscht wurden und nicht nur das, sondern auch vor Gericht hat Facebook diese Löckung verteidigt. Davon sind eine Masse an Fällen in diesem Buch dokumentiert und der Kontext wird geschildert und ich glaube, es kommt genau zur richtigen Zeit. Du hast gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, von dem wir immer wieder hören, nämlich das Wort Hassrede, auch bekannt als Hass und Hetze oder Hate Speech. Das, was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Hassrede, Hate Speech, Hass und Hetze in keinem Strafgesetz irgendwo vorkommen und trotzdem werden sie inzwischen von der Politik quasi als Dampframme, als Rambock gegen unliebsame Meinungsäußerungen eingesetzt. Einmal für unsere Zuschauer. Was bedeutet es, wenn sie Hass und Hetze hören? Muss man da grundsätzlich vorsichtig sein, wenn man auf einmal diese Worte hört? Überhaupt nicht. Das ist ein Versuch, Kritik zu delegitimieren und zu kriminalisieren. Ich habe darüber auch einen Absatz in meinem Buch geschrieben. Mich hat dieser Begriff schon immer gestört. Er ist auch ganz einfach zu vermeiden. Wenn man gegen strafbare Äußerungen etwas tun will, Verleumdung, üble Nachrede und so weiter, kann man sagen, wir sind nicht gegen Hass und Hetze. Das ist ein diffuser Begriff, der unklar ist. Und im Übrigen ist Hetze und Hass jedenfalls weitestgehend, wenn es nicht Volksverhetzung ist, auch von der Verfassung gedenkt. Man kann sagen, wir wollen keine strafbaren Äußerungen. Man kann sagen, rechtswidrige Äußerungen sollen verboten werden. Das ist genauso kurz und griffig wie Hass und Hetze. Warum werden nicht diese Begriffe verwendet? Das ist ganz einfach. Man fragt diese Leute ganz einfach. Wollen Sie mit Hass und Hetze sagen, dass Sie gegen strafbare Äußerungen sind? Dann sagen Sie, Sie sind gegen strafbare Äußerungen. Wenn das nicht bejaht wird, dann steht jemand vor Ihnen, der das Recht auf Meinungsfreiheit einschränken will, in dem er diesen nebulösen, diffusen Begriff nimmt, wo alle Leute sich unwohl fühlen, weil er negativ konnotiert. Das Hass ist nichts Schönes, Hetze ist nichts Schönes. Das ist wohl verboten. Und damit wird so eine Unschärfe reingebracht, die zu einer Einschränkung des Meinungskorridors führen soll. Und ich glaube, das ist voller Absicht. In der digitalen Bevormundung, deinem neuen Buch, sprichst du ja auch an, was du eben schon so ansatzweise genannt hast, diese sehr ungute Verquickung von digitaler Macht und politischer Macht. Was ist da in den letzten Jahren passiert? Erstmal war natürlich Facebook in erster Linie und dann noch die anderen sozialen Medien ein großartiges Forum. Und sind es auch immer noch, Twitter, Ex jetzt, weil dort jeder zu Wort kommen kann und jeder, der etwas mutmaßlich Interessantes sagt, sich auch sehr schnell ein großes Forum verschaffen kann, große Öffentlichkeit. Das ist praktisch wie das Forum Romanum, wie ein Marktplatz der Gegenwart. Das ist aber natürlich der Politik, den Machthabern, ein Dorn im Auge. Man darf sicherlich sagen, dass sie auch durch die Positionen in den Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel einen wesentlichen Einfluss auf die dortige Berichterstattung haben. Manche Sendung legt davon ein berätes Zeugnis ab. Und der Zugang zu großen Publikationen, großen Zeitungen ist natürlich auch gewährleistet, weil man die Journalisten kennt. Aber die Kontrolle über den Meinungsfluss in den sozialen Medien ist schwer. Und weil man das nicht wollte, weil das aus der Hand zu gleiten geriet und die Kritik dort viel missiver manifestiert war, hat man dann mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz versucht, das einzugrenzen. Und jetzt ist es noch schlimmer geworden, weil wir auf europäischer Ebene den sogenannten Digital Services Act haben, der sogar in manchen Krisensituationen, Ukraine, Krieg, Gaza, Reichdachshund, kann man sogar soziale Netzwerke abstellen. Das sind beängstigende Entwicklungen, die nicht mehr demokratisch legitimiert sind. Joachim Steinhöfel kämpft gegen diese beängstigenden Entwicklungen. Deswegen von mir der aufrichtige Rat, kaufen und lesen Sie sein Buch Die digitale Bevormundung. Denn es ist wichtig, dieses Buch zu lesen, um zu verstehen, was mit unseren heiligsten und nobelsten Grundrechten eben mit der Meinungsfreiheit, die uns erst zu Menschen macht, die uns erst zu freien Menschen macht, was damit gerade geschieht und politisch angerichtet wird. Joachim, letzte Frage. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Urteil des Verfassungsgerichts, aus diesem Sieg vor dem Verfassungsgericht über die Bundesregierung? Was passiert jetzt? Aber wir machen ganz einfach weiter. Es sind ja noch weitere Verfahren gegen die Bundesregierung anhängig. Ein weiteres gegen Frau Schulze, weil sie sich geweigert hat, ganz normale Presseanfragen zu beantworten. Wir haben eine einstweilige Anordnung gegen das Außenministerium beantragt, gegen Frau Baerbock, weil sie Presseanfragen nicht beantwortet. Die dortige Einschätzung, dass man sagt, wir antworten vielleicht nur Leuten, die uns wohlgesonnen sind, andere Journalisten ignorieren, wir zeigt ja ein weiter beschädigtes Verständnis von Presse- und Meinungsfreiheit. Und je mehr Niederlagen vor Gericht dieser Bundesregierung zugefügt werden und je mehr das auch durch die Medien gerät, desto eher wird man dort vielleicht einfach die Regierung dazu zwingen, das zu tun, was die Grundrechte den Bürgern und der Presse einräumen. Joachim Steinhöfe, Anwalt in Hamburg, Verteidiger unserer Grundrechte, Besieger der Bundesregierung beim Thema Meinungsfreiheit und vor allem Buchautor von Die Digitale Bevormundung. Kaufen Sie sein Buch, lieber Joachim. Herzlichen Dank für die gemeinsame Arbeit in den letzten Monaten. Beste Grüße nach Hamburg. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben oder für Ihre Meinung und haben Sie keine Angst, denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Nur drei Prozent der Spieler beherrschen dieses Spiel. Joachim. Ist schon ein Warnchen, was hier so abgeht. Und jetzt das Verbot von Correcti-Age kompakt. Aber hier ja noch mal was wir überhaupt in dem Weg. Hier können wir den Change, dieательQUE Warn違ah und nicht ein Warnchen. Aber hier werden das Verbot Vielen Dank.